Es ist immer Zeit für Challenges. Kann ich Level 1.1 aus dem originalen Super Mario Bros. mit verbundenen Augen schaffen? Ich habe das Level schon sehr oft gespielt und jetzt mal gucken, wie gut ich es auswendig kann. Bitte nicht am ersten Goomba sterben. Okay, ich dürfte safe sein. Und ich hätte gerne den Pilz. Da ist er. Wenn ich einfach stehen bleibe, dann kriege ich ihn, glaube ich. Aha. Finde ich das 1-Up? Aha! Yeah! Und Feuerblume. Sehr schön. Und jetzt alle Gegner wegschießen. Jetzt bitte nicht in die Schlucht fallen. Okay, wir sind safe. Ich glaube... Ja, wir sind da! Geschafft! Like und Abo nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Denn ihr wisst ja... Ich hoffe, wir sind ja... wir sind raus. Wir gehen nach... Wir gehen nach... Ich gehe nach... Und dann... Vielen Dank.